Chrissy Teigen machte nach ihrer Schwangerschaft schwere Zeiten durch. Die Monate vor der Geburt seien wie ein Traum gewesen. Doch als ihr Töchterchen Luna dann auf die Welt kam, sei die 30-Jährige in ein tiefes Loch gefallen. Deshalb findet Chrissy es wichtig, offen über Depressionen nach der Geburt zu sprechen. Sie selbst habe äußerst dunkle Tage nach der Schwangerschaft durchgemacht. Mit ihrer Geschichte will sie nun anderen Müttern Mut machen. Damit geht das Model auf jeden Fall mit gutem Beispiel voran.